Das ist doch geil! Das ist sehr füß! Die Spiel mit echten Plasma zu treffen ist gar nicht immer so einfach. Ja, klasse! Ich bin ein Idiot! Du hast Feeling-Wut! Das ist ja eine Spielgang! Ach ne, das war keine Ahnung, das war die Spielgang, was ich gemeint hab neulich. Letzte Waffe! Nein, vorletzte! Was ist die letzte Waffe? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ist mir aber egal. Ich nehme weiterhin meine... Was hab ich denn gehabt? Wie sind sie? Du hast gerade die Shotgun ausgegeben, das glaube ich. Lass doch die Shotgun! Ich denke ich muss da lang! Oh! Auch recht! Nein, da sterbe ich! Wann hab ich den gespeichert? Äh... Äh... Ah, perfekt! Ah! Das macht natürlich mehr Sinn! Das macht natürlich mehr Sinn! Fühle gut! Ah, doch, zwei Gegner! Ich hab zuerst gedacht, das ist ein Außensdußgegenstand, dass es sich gedreht hat! Ah, hallo, hier bin ich! Ah, das ist schon wieder! Oder ist das die Bethany? Ne, 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 das ist nicht die Bethany! Ich hab' mir so'n Viech! Oh! Aha! Ah! Hallo! Das ist ja mein übelst Eerie! Ich kann das Video für uns voll verletzen! Ich denk' sogar killen! Wenn's mich nicht vollkühlt! Oh, leck mich doch! Ich hab' mir so'n... Oh Gott, ich muss noch mal schauen, wie viel Healt hab' ich! Acht! Das ist so ein... 8 Amplifier! Ich könnte jetzt langsam vielleicht mal anfangen! Ähm... Das heißt... Ah, warte mal. Wie habe ich denn das gemacht? Mit Rechtsklick, stimmt. Was ist das? Ich kann es immer schnell zwischen zwei Zaubern wechseln. Gut, dass ich das jetzt rausfinde. Am Ende des Spiels. Sehr, sehr schön. Jetzt kann ich immer schön hier zwischen den beiden wechseln. Aber wir wollten ja was anderes machen. Ich will jetzt auf jeden Fall mal den Shield, den will ich hochpushen. Und dann auch benutzen, ne? Den brauen wir nämlich gegen Ende, glaube ich, relativ häufig. So. Gut. Einen gut. Lecker. Malzeit. Aber das Riech ist schon tot. Muharr. Oh, ich hasse die Welt. Der Entgegner ist relativ einfach, aber... Die Welt ist nervig. Und die anderen vier schießen wieder mit ihrem... Mit ihrem Spear-Gans, Mann. Gott. Du kannst wechseln. Ja, ich weiß, aber es ist irgendwie... Ah, lecky. Drei gleich. Wo ist das Viech? Hast du das gesehen irgendwo? Ne, nicht das. Da oben, ja. Was ist denn das? Ein Baba? Oha. Oha. So. Mr. Pflanzi, Pflanzi. Sterbi, Sterbi. Sterbi. Wollen wir nochmal einen Safe machen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Du bist doof. Ich weiß. Ich liebe diese Raketen-Köpfe. Ich würde sie heiraten. Skull-Rape. Skull-Fuck. Und die lachen dann auch. Ja. Hey. Sehr, sehr gut. Größer wie das Ding, in dem sie drin war. Ja, fliegen ist so cool. Aber die fallen nicht. Ja. 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 Voll in die Fresse. Ne, was anderes tippst du ja eh nicht. Das Ding besteht nur aus einer Fresse. Da hinten sind wieder deine Pflanzis. Wo kommen die denn da noch? Ich bin so göttlich wie ein Mana. Egal, du hast das Vieh getroffen. Pff. Ahaha. Du kommst nicht mit. Nein. Oh, die Trommeln. Ich höre die Trommeln, Domi. Ja. Aber der hat mich gekillt. Das meinte ich Pflanzente. Ah, ganz simples Genickbrechen. Aber es ist ja unkreativ. Für ne Pflanze nicht schlecht. Oh, das war alles nur von der? Boah. Hallöchen. Was geht denn ab? Oh, meine Güte. Ich werde vielleicht noch den Hearthback verwirrt. Ein End. Oh, das war bloß ein Blitz. Wie viel Hearth habe ich jetzt noch? Sieben. Oh mein Gott. Das wird schwer. Die essen sich gegenseitig. Denkste. Nicht mit Daniel. Ich weiß, warum ich die Natur hasse. Passiert dir sowas auch immer auf dem Weg zur Arbeit? Ey, ich... Was ich immer durch... Für Pflanzenherden durch muss, bis ich jetzt mal auf Arbeit bin. Ja, gut, dass du so viel Mana hast. Ja, Wahnsinn. Und ich kann fliegen. Was möchte ich bitte sehen? Fuck. Oi. Oi. Ja, bleibt auch immer auf dem Haufen stehen. Sehr schön. Scheiße. Ein Hoch auf altes Pathfinding. Er denkt sich... Haha, du triffst mich nicht. Pass auf, was... Oi, oi, oi. Oh. Dein Mana schaut ein bisschen blöd aus. Der Typ da ist irgendwie interessant. Ah, der schießt auch. Ja, er ist tot. Ah, aber nicht schon. Witter. Wo denn noch? Wahrscheinlich links. Links? Äh, flossen. Voll daneben. Bist du blöd? Spuckst du einfach auf mich? Das hat dich nicht betroffen. Trotzdem doof. Rübscher Atmosphäre. Oh, Gott. War so klar? Ich muss mal wieder ein bisschen Quake spielen. Au. Aber gegen Polizen sind wir nicht wirklich resistent. Muss man auch sagen. Ja. Äh, ab. Zählt noch weiter? Nope. Jetzt muss es runter. Wir hätten eine schöne Welt. Wenn die jetzt mit Pflanzen nicht mehr haben. Pffu. Nice. Ey, jetzt wird die Spielaxe mehr echt hab ich, du. Ja, besonders wenn die Halfpacks zur Neuge gehen. Eins, zwei, noch jemand. Vorsicht, irgendwann geht's runter. Alter Schwede. Noch erwischst du Sauen. Alle drei Schäden in den Arsch. Ich weiß nicht, nur das ist fünf Stück, ne? Oh mein Gott. Und da stehen noch zwei Posse an. Aber du findest ja zum Glück wahrscheinlich noch ein, zwei Healing Roots. Oh mein Gott. Die Frau hat mich gerufen. Die Frau hat mich gerufen. Was geht's? Macht Kaffee? Aber ich hab noch meinen Amaretto Cola. Ja, der Amaretto steht in der Küche. Pah. Emotion habe ich auch nicht unendlich. Bin schon auf 65, äh, Schuss runter bei der Pistole. Okay, ich hab nicht gesehen. Das ist cool in der einen Hand, mit der Pistole die Gegend, äh, Dingsen. Und der anderen die Schäle aus dem Boden ziehen. Das ist ne Hatsau. Ja. Der hat er ja. Oh, zwei Healing Roots, sehr, sehr schön. Das bestimmt auch ein. Das ist wirklich ein Top. Oh, Arcan War. War, stimmt. Ich weiß nicht, was er macht. Arcan Wolle. Ja. Dann kannst du einen magischen Schal draus stricken. Uh, aus pinkem. Äh, oh mein Gott. Genau. Schaut doch schon viel schöner aus. Der Boden gefällt mir nicht. Ja. Ja, ich kann ja fliegen. Ich Idiot. Ich hab mich hätte je getauft. Auf den Namen Patrick Galloway. Ja. Die halten zum Glück nichts aus. Und ich merk grad Close Combat. Mit Schädeln ist, glaub ich, ungesund. Höh? Ist so lange ich so ein Nahkampf wieder sehen? Kein Problem. Und da ist noch ne ne ne. Shoot. 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 Shut gun chase. Hallo? Ne. Die Sammler hast du auf jeden Fall nicht eingesammelt. Es ist ein Vulkan. Ich denk mal, ich kann hier am Rand noch nicht ganz lang. Hab ich nicht eingesammelt? Stimmt. Kannst du gar nicht. Hä? Sind es Phosphorus-Shells wahrscheinlich? Wahrscheinlich, ja. Stimmt, aber auf der anderen Seite kann ich eh noch nicht lang, weil das so viel Feuer ist. Oh, der einschießt. Der schießt. Ich mag schießende Gegner nicht. Vor allem diese nicht. Jawoll. Sehr gut. Sehr gut. Puh. Warum keine Healing Route? Schießender. Ah. Oh, Lech. Ich will jetzt wegkauen, ja. Weggefetzt. Was hat denn eigentlich? Ich will jetzt einfach mal... Ups. Falsch. Ausprobieren. Was hat denn das eigentlich? Alternating. Ah, okay. Und das Coole ist jetzt nämlich, wenn ich das hier mache... Dann hast du Enchanted Spears. Der ist dann mit Blitz gedingst. Das muss man erst einmal wissen. Ich bin damals, es gab es ja noch nicht so verbreitet Internet, um die Zeit. Das muss man einfach mal schnell googeln. Grafstellung. Da geht's auf. Die Lava steigt sicherlich. Aha. Vertraue der Luft. Ich muss auf jeden Fall irgendwie dann hochkommen. Föhregefilde, aber wie mache ich das? Ich habe nicht genug. Irgendwo dich abstützen, kannst du nicht, ne? Ja, vielleicht? Äh. Hm. Ich hätte vielleicht rausgehen sollen. Warte mal. Ja. Vielleicht. Nee. Nee. Nee, Tommy. Vielleicht. Hä? Es ist noch nicht getriggert. Ich glaube, das schaffst du nicht richtig. Ich wette schon. Ich stürze jetzt alles ein. Natürlich, jetzt ist hier die Lava raus. Jetzt spuckt er auf der anderen Seite das Feuer nicht mehr. Ach so. Ach so. Ja. Das muss man erst einmal wissen. Ja, da kommt es da nicht so einfach drauf. Nee, da hat aber immer noch Feuertage. Freck mich. Bitte läuft sie mich einfach außen rum. Hätte ich ja gleich machen können. Bist du dumm. Fahrt auf, du bist. Das ist dumm. Okay, es waren zwei Schuss verschwendet, aber mir... Hast du ja noch 16 Schuss. Ja, und ich habe noch Phosphorus-Shells und Scheiße. Und... Du schießt mit Scheiße aus der Schrotflinte. Was ist denn das? Ach so, das ist ein Fenster. Das ist ein Fenster, ja. Hä? Da schwirrt was in diesem Feuer. So einfach ist es. Was ist denn das? Ja, das meine ich. Das schwirrt was in dem Feuer. Ich glaube, das ist die letzte Waffe. Kann das vielleicht sein. Ich schwirr doch einfach mal durch. Hast du sie gepickt? Nein. Achso, es geht wahrscheinlich erst, wenn es Feuer weg ist. Ich habe eine Idee. Hinkt ab, Felix. Ach, das sind glaube ich zielsuchende Raketen. Ich hätte die Lava nicht aktivieren sollen, aber dann wäre er glaube ich nicht hochgekommen. Phoenix. Wahrscheinlich, ja. So. Ja. Zielsuchende Raketen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ups, ich soll vielleicht das hier nehmen. Ich verstehe, ich verstehe. Die könnten beim Boss sehr praktisch sein wahrscheinlich. Ne, beim Boss muss ich mit dieser Speergun schießen. Ah, okay, okay. Muss ich. Du musst. Gut. Der will mich in seinen Bauch einsaugen und wenn er das macht, dann muss ich in seinen Bauch dieses Ding reinschießen. Aber es gibt echt eine Überraschung am Ende. Eine richtige Überraschung. Also kein Ü-Ei. Nein. Zwei Ü-Eier. Ja. Ich wusste es doch. Ich habe eine Spannung. Was? Was ist denn jetzt los? Das war eine Exploding-Fasse oder sowas. Das war ein normaler Safe, oder? Na gut. Vertraue dem Abgrund, der dich umbringen wird. Hoffentlich ist es nicht der Anfang. Schaut uns nicht so aus. Ich liebe die. Die sterben so schnell. Okay. Ja, die kippt nicht mehr los. Ah. Sie sind nicht schön. Staked through the heart. Ist vielleicht nicht einmal so schlecht bei Snipern. Ist glaube ich eher so ein bisschen... angesagt. Sie ist voll in. Du musst den Stein runterwerfen. Oh, da ist er gestorben. Ah, das ist ein Schusser, oder? Ja. Ja. Wie hast du mich bitte so quer geschossen? Keine Ahnung. Was soll ich vielleicht... Ich will wenigstens noch mal Schaden nehmen. Ja, Hauptsache Schaden. Nee, da möchte ich nicht lang. Ich nehme trotzdem auch mal... ...die hier wieder. Nein, da muss ich nicht lang. Oh, bitte, bitte, bitte. Weil da eine Lust dazu haben. Aber wo sind sie? Oh! Das musste ja jetzt kommen. Das sind zwei Schießer, oder? Ne, ein Lille. Äh, dessen geschützt Turm kann das sein? Vielleicht hat er einen Repetiersperr. Kanonik. Was zum... Noch einer. Sehr schön. Ich will aber ehrlich gesagt laden. Liegt mir einer Helfer. Aber ich glaube, wir machen einfach beim nächsten Mal weiter. Der hat eine Sonnenbrille. Der ist voll cool. Dann machen wir mal nächstes Mal weiter. Wir haben die Stunde voll. Das perfekte Ende der Endpartner. Wir sehen uns. Ciao, ciao.